Donis of D.I. ist ein deutscher Fußballspieler, der beim Bundesligisten FC Schalke 04 unter Vertrag steht und derzeit an den österreichischen Bundesligisten SK Sturm Graz ausgeliehen ist. Er spielt überwiegend als hängende Spitze. Vereinskarriere Donis of D.I. wurde als Sohn albanischer Eltern im niedersächsischen Osnabrück geboren. Mit fünf Jahren begann er beim SV Atta, einem Sportverein aus dem Osnabrücker Stadtteil Atta, mit dem Fußballspielen. Nach fünf Jahren beim SV Atta wechselte er in die Jugendabteilung des VfL Osnabrück. 2011 wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum, die Knappenschmiede, des FC Schalke 04. Für die U17 von Schalke schoss er in 26 Spielen 15 Tore und legte ein weiteres auf. In der nächsten Saison konnte er seine Torausbeute deutlich verbessern und hatte am Ende der Saison nach 25 Ligaspielen 44 Tore auf dem Konto. Dazu 13 Vorlagen. Dazu gehörte er für kurze Zeit zum Kader der U19. Mit der U19 gewann er den Westfalenpokal 2012 Dreizehntel. Auf die EI schoss dabei den 1-0-Siegtreffer im Finale gegen die U19 von Borussia Dortmund. Mitte März 2014 gab der FC Schalke bekannt, dass auf die EI einen Profi-Vertrag bis 2019 unterschrieben hat. Zudem ist im Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 49 Millionen Euro eingebaut. In der Saison 2014-15 gehörte auf die EI regelmäßig zur Profimannschaft und nahm am Training der Profis teil. Im ersten Gruppenspiel der Champions-League-Saison 2014-15 auswärts gegen den FC Chelsea stand er im Kader der Schalker, kam aber nicht zum Einsatz. Auf die EI war auch Teil der zweiten Mannschaft von Schalke 04 und kam in der Regionalliga West zu 11 Einsätzen und erzielte vier Tore. SK Sturm Graz in der Winterpause der Saison 2014-15 wurde auf die EI bis längstens Ende Juni 2016 an den österreichischen Bundesligisten SK Sturm Graz ausgeliehen. Auf die EI's Leihvertrag enthält eine Option, wonach seitens des FC Schalke während geöffneter Transferfenster auf die EI vorzeitig zurückgeholt werden könne. Dort feierte er am 21. Februar 2015 dem 21. Spieltag der Bundesliga, sein Profidebüt beim 3-3 gegen den SC Wiener Neustadt, als er in der 81. Minute für Breit Edomwoni eingewechselt wurde. Nur wenige Minuten später bereitete er das zwischenzeitliche 3 zu 2 von Martin Ehrenreich vor. Sein erstes Tor erzielte er am 26. Spieltag gegen Admirer Wacker zum 2 zu 0, das Spiel endete 3 zu 1. Auch die Saison 2015-16 bestritt auf die EI bei Sturm Graz, obwohl für Schalke die Option bestanden hätte, auf die EI vorzeitig zurückzuholen. In der Europa League schied Sturm Graz in der dritten Qualifikationsrunde gegen Rubin Kazan aus. Im Hinspiel konnte Afdii ein Tor für Graz erzielen, allerdings zog er sich eine gelb-rote Karte zu und war für das Rückspiel gesperrt. Nach zwei Unentschieden zum Liga-Start konnte man den 3. und 4. Spieltag für sich entscheiden. Beim Sieg gegen den Wolfsberger AC am 4. Spieltag erzielte Afdii ein Tor. Am folgenden Spieltag gelang ihm gegen Rapid Wien ebenfalls ein Tor. Danach blieb er acht Spieltage ohne Ligator, konnte aber drei Tore vorbereiten. Im Gegensatz zur Vorsaison agierte Afdii vermehrt im Mittelfeld als im Sturm. Nationalmannschaft Afdii machte in zwei Spielen für die U16-Nationalmannschaft zwei Tore. Schon mit 16 Jahren wurde er für die U17-Nationalmannschaft berücksichtigt. Mit dieser schied er in der Qualifikationsrunde zur U17-EM 2013 in der Slowakei aus. Am 5. September 2014 machte er sein erstes Spiel für die U19 gegen die Auswahl der Niederlande. Mitte Oktober 2014 teilte er mit, zukünftig für die albanische Fußball-Nationalmannschaft auflaufen zu wollen mit der Begründung, er habe lieber sein Volk im Rücken als ein ausländisches. Es sei seine definitive Entscheidung, für Albanien zu spielen. Nur einen Monat später wurde die Entscheidung durch einen Beraterwechsel revidiert und vertagt. Für ein Freundschaftsspiel am 24. März 2015 gegen Werder Bremen wurde er für die kosovarische Fußballauswahl nominiert. Da es sich um ein Freundschaftsspiel handelte, dazu nicht um ein Spiel zwischen zwei Nationen und das Kosovo, zur Zeit der Partie nicht von der FIFA als Vollmitglied ihrer Organisation anerkannt wurde, kann Afdii auch weiterhin sowohl für das Kosovo als auch für Albanien und Deutschland auflaufen. Spielweise Afdii gilt als schneller, technisch gut geschulter Spieler. Er agiert beidfüßig und kann neben seiner Stammposition als hängende Spitze auch auf den Flügeln oder im offensiven Mittelfeld spielen. Daneben gilt er als guter Vorbereiter und torgefährlich. Titel und Erfolge Verein Westfalen Pokalsieger 2013-2014 Westdeutscher Meister Ju19 2013-2014 Westdeutscher Meister U17 2013 DFB-Junioren-Vereins-Pokalfinalist 2014 Persönliche Auszeichnungen Torschützenkönig der B-Jugend-Bundesliga West 2012-13 mit 44 Toren Fritz-Walter-Medaille in Bronze 2013 Privatleben Ende Oktober 2014 sei Afdii laut Medienteilnehmer eines illegalen Straßenrennens gewesen, wobei sein Mercedes SL 63 AMG V8 Biturbo einen Totalschaden erlitten habe. Wenige Tage später stellte sich heraus, dass Afdii regelkonform mit seinem Fahrzeug unterwegs war und an keinem Rennen beteiligt war.